Musik Musik gut dass ich euch gerade treffe jetzt hat uns doch der michael tanner vom hotel freezer für die grill challenge nominiert schmarrn ich weiß gar nicht richtig was es ist und für so einen schmarrn haben wir jetzt im moment echt keine zeit ich wollte es euch mal sagen aber das machen definitiv nicht ihr seid ja also na klar machen wir das oder kommt ja gar nicht eine frage klar und wo machen wir es oder am kunden am see machen wir es Ja, aber was machen wir mit dem Chef? Ja, genau. Dann macht ihr mal keine Sorgen, da habe ich den Frieden. Okay, auf geht's! Hände! So, frische Rinderhackstegs vom Hermann Tauscher. Ali hat sie richtig gut angemacht. So, frische Rinderhackstegs. Was machen wir hier? Die haben halt einfach ihren eigenen Kopf. So, lieber Michael, liebes Team vom Vilserhof, wir haben unsere Nominierung erfüllt. Jetzt bleiben wir nur noch unsere Spenden zu nennen. Und zwar geben wir 500 Euro an die Musikkapelle Obersdorf und 500 Euro gehen an die Feuerwehr Obersdorf. Vielen Dank und einen schönen Tag. Wir feiern noch. Ja! Auch neu成iggly Rosehackstegs. Wofür sie πολende? Wofür sie Steinsない, dann radioactive! Ja! Wofür sie? Wofür sie sind